Wahre Intelligenz In einer wahrhaft intelligenten Welt würde es dir selbst, allen Mitmenschen und der Natur gut gehen. Das Ziel von wahrer Intelligenz ist deshalb, dass es sich selbst, seinen Mitmenschen und allen empfindsamen Wesen gut geht. Wahre Intelligenz findet sich demzufolge in Handlungen, welche das eigene Wohl, das Wohl aller Mitmenschen und das Wohl der Natur bzw. aller empfindsamen Wesen vergrössern. Wahre Intelligenz hat hingegen nichts damit zu tun, wer besser rechnen, besser sozial interagieren, sich besser sprachlich ausdrücken und vieles mehr kann. Dummheit zeigt sich in Handlungen, welche schlecht gegenüber seinen Mitmenschen, schlecht gegenüber der Natur und eingeschränkt auch schlecht gegenüber sich selbst sind. Es gibt aber nicht grundsätzlich intelligente bzw. dumme Menschen. Vielmehr gibt es Menschen, die es schaffen, öfters intelligent zu handeln. Dumm ist aber nicht der einzelne Mensch, sondern immer nur die einzelne Handlung. Somit kann jeder Mensch zu jedem Zeitpunkt immer wieder neu versuchen, intelligent zu handeln. Was aber bedeutet es, gut gegenüber sich selbst, gut gegenüber seinen Mitmenschen und gut gegenüber der Natur zu handeln? Wie finden wir heraus, welche Handlungen das Wohl aller empfindsamen Wesen verbessern und keine bzw. wenige negative Nebeneffekte haben? Diese Frage zu beantworten ist nicht einfach, aber ich denke, ein Versuch lohnt sich. Luthai möchte dieser Frage nachgehen und Projekte, Menschen, Ideen und vor allem Handlungen finden, welche im Sinne dieser Intelligenzdefinition handeln, um das Leid auf dieser Welt zu lindern und an einer wahrhaft intelligenten Welt arbeiten. In diesem Sinne, lasst uns versuchen, intelligent zu handeln.